Herzlich Willkommen bei Blues Inside. 5 Minuten Blues Inside. Ich bin Henning Petit und stelle hier so in loser Reihenfolge, aber regelmäßig glaube ich, Blues-Stücke, Boogie Woogie-Stücke vor oder auch manchmal nicht nur einzelne Stücke, sondern mehrere Stücke. Und so aus dem Repertoire, was ich so spiele oder was ich so kenne, möglichst natürlich, wenn ich das selber spielen kann. Und heute habe ich mir, erst habe ich mir überlegt, dies Stück und dann das Stück und dann das. Und dann fiel mir so auf, das sind alles Stücke, die haben eine Sache gemeinsam. Die glänzen nicht durch schnelles, virtuoses Spiel oder durch ganz tolle Tricks da drin oder sowas. Oder auch nicht durch eine besondere Geschichte, ich weiß nicht, dass ich sie wüsste. Sondern sie glänzen eigentlich dadurch, dass sie irgendwie so einen melodischen, harmonischen Reiz haben, der einfach für sich spricht. Über die kann man eigentlich gar nichts groß sagen. Also wie eine Frau, die einfach strahlt. Und erst, wenn sie was sagt, dann vergle- nee, warte mal. Naja. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es gibt so Stücke, bei denen ist das so. Ich spiele mal was. Zum Beispiel Down in the Alley von Bob Robinson and his Bobcats. Ich habe 22, 28 Jahre immer gesagt Bob Robinson and his hukum balls. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Es ist Bob Robinson and his Bobcats. Die haben das Stück gemacht. Wunderschöne Melodien. Geht ungefähr so. jumps weg von Anfang an. und Abe und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Down in the alley. Bob Robinson and his Bobcats. Also von denen ist das. Und ich habe das für mich so zurechtgelegt. Ich könnte das den ganzen Tag spielen. Diese Melodien, diese Harmoniewechsel, da drin finde ich einfach nur traumhaft. Ähnlich ist es mit einem Stück von, eigentlich ist es von Eddie Boyd. Kann ich mir gleich mal zeigen, mal gucken, ob man das überhaupt irgendwie erkennen kann. Weiß ich auch nicht. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht kann man es ja sehen. Eddie Boyd and his Blues Band featuring Peter Green. Das war im Grunde Fleetwood Mac mit Peter Green noch, der gerade kürzlich gestorben ist, die Eddie Boyd beglitten haben. Eigentlich heißt das glaube ich begleitet. Begleitet haben ja. Ich spiele das jetzt nicht komplett durch, weil wenn ich heute fünf Stücke vornehmen will, dann dauert das nicht fünf Minuten, sondern fünfzig. Aber es geht ungefähr so. Musik 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 Eddie's Blues Von Eddie Boyd Und von mir so ein bisschen So eben arrangiert So, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben Sonst sind wir schon bald bei einer Stunde Und das geht natürlich gar nicht Schließlich heißt es 5 Minuten Blues Inside Mit Henning Petit Und das bin ich Der Klavierspieler Ich habe selbst auch ein Stück komponiert Also ich habe wahrscheinlich ganz viele komponiert Aber eins, wo ich sagen würde Das hat auch so So einen eigenen Klang Kosmos Ich habe eine Zeit lang viel Abdullah Ebrahim gehört Und habe das aber nie bewusst gemacht Aber irgendwann hat sich das so reingeschlichen In ein Stück zumindest Oder vielleicht sogar zwei, drei Ich spiele nochmal eben Ein bisschen an Das heißt Eddie's Blues Quatsch, was rede ich denn da? Das heißt natürlich nicht Eddie's Blues Das heißt Abdullah's Blues Das kommt davon Wenn die Stücke alle ähnlich heißen How Long Blues Eddie's Blues Abdullah's Blues Was hat man hier noch? Down in the Ellie Blues? Ne, das hieß nicht so Das hieß wirklich Down in the Ellie Ja, stimmt Also das heißt Abdullah's Blues Das ist ja auch ein bisschen Das ist ja auch ein bisschen Musik 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 mit einem winzig kleinen Verspieler. Aber ich werde mir das nachher mal angucken, vielleicht war der gut, dann kann ich ihn mir gleich merken. Ein Stück habe ich noch, das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das ist der Howlong Blues komponiert von Leeroy Carr und das ist die Version würde ich mal sagen 80% Jimmy Yancy und so ein bisschen was von mir ist auch dabei. So ungefähr geht das. 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 Musik Musik How long blutes von Neroi Car Ja, das war's für heute mit 5 Minuten Blues Inside Wahrscheinlich wieder 12 Minuten oder 13 Aber vielleicht ist es besser zu viel als zu wenig, oder? Danke fürs Zuschauen und gerne Abonnieren Subscribe drücken Tschüss 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 ей